herren männer nicht mehr viel tageslich übrig also legen wir besser mit der heutigen also das ist das dass ich ihn anschauen ob er zeit hat nein lass ihn mal lass ihn allein kommen ja besonders nachts ist manchmal das problem dass da noch immer keiner mehr da ist oder wie letztens du warst bei deiner schwester shadow war nicht da war auch unterwegs und killer war auf einer lahn und war halt bedingt da also er hat sich mühe geben auf jeden fall aber dann ging das internet zum beispiel bei ihm weg und dann war keiner mehr da das sind so situationen was dann problematisch wird nie alles gut wenn ich wusste nicht mal dass keks überhaupt seine lahn hat ich wusste das gar nicht das wusste ich nicht also ist ja auch okay nur ich habe dann immer das glück dass irgendetwas passiert so wie bei keks dass auf einmal das internet dann umspackt auf der party da dann aber waren alle lieb im chat keine sorge ich bis freitagnachmittag auch nicht ja das ist dir sehr früh eingefallen aber trotzdem an frei am freitag hat er sich trotzdem war da und hat sich bemüht ich habe dann nur spontan am samstag noch mal gestreamt da hat er internets scheiße später dann er war ja dann und zwischendurch auch da nein aber sonst seid ihr wirklich immer immer da das stimmt schon und die macht doch eure arbeit ist gut und sowie elfenwelt schreibt mord zu loben ich habe sehr bekloppte mods aber ich mag ich hätte gerne die infowand stream geplant ist auch wenn spontan hatte ich das nicht in discord bei mir ist das problem ich vergesse das immer ich vergesse das immer vergesse das wirklich immer also wenn es wirklich sehr spontan ist von einer sekunde auf den anderen da kann ich schlecht bescheid sagen aber ich weiß was du meinst wenn ich jetzt eine stunde vorher oder so weiß hab lust zu spielen ja das vergesse ich leider immer das ist echt kacke er bemühte sich der tollste satz in der auswertung er hat sich wirklich bemüht das sollte jetzt nicht negativ klingen er war da obwohl er eigentlich nicht da sein und ist ein bisschen schwierig war das ist echt riesig hier so ich verabschiede mich mal viel spaß euch noch hat wieder spaß gemacht dankeschön fürs dabei sein elfenwelt ich wünsche dir auch noch viel spaß und ja man liest sich auf jeden fall ist er fast dauernd warum haben wir ihn am leben gelassen was ist denn da los die fackel muss ich auch noch anmachen ich bin schon wieder voll durcheinander so jetzt fünf von sechs wo habe ich noch was vergessen davon irgendwo ich habe schon wieder andere sachen gemacht ich sehe schon zum glück macht mein bord immer ein mugs wenn liszt oder es sind ja das ist eigentlich voll eine gute idee oder es macht den me board an ich habe den an aber ich habe den nicht so wirklich eingestellt ich habe hier den irgendwie nicht jetzt ist es hier tag hell und wir können mein auge drauf werfen was da unten ist vielleicht finden wir ja das silber das wir suchen magok hat gesagt er will fünf klumpen richtig ja ich habe ja schon schon wieder mehr gemacht als ich sollte dann stell den ein ja wenn ich den kapiere ich habe keine ahnung wieder so funktioniert aber wäre gar nicht mal schlecht bei deinem disco geht es auch immer okay muss ich mir das mal angucken weil mit meinem anderen bord hat das irgendwie nicht funktioniert weiß nicht warum aber ich kann sagen ich habe jemand mit einer tastatur verprügelt ja das kannst du wirklich du solltest deine mods auf discord in deine ankündigung auch rein schreiben dürfen damit sie auch dort rein schreiben können eine idee du meinst als info wegen wenn ich wenn ich streame dass das dann auch jeder mitbekommt meinst du achtung nero ich habe so eine ahnung dass das genau die sorte ecke ist an der sich die monster von den kindern hagons rumtreiben würden ist nur die frage ob meine mods das so möchten ob sie auch in die ankündigung reinschreiben ja ok muss ich euch nur die berechtigung zugeben das ist ja nun klick kann kann ich auch so machen das ist eine gute idee und mit dem bord ich weiß ja nicht was ihr so meint aber ich finde das sieht ganz schön silbrig aus könnte das sein was wir suchen alles klar das müsste alles silber sein dass wir brauchen wenn das reicht sollten wir zu magrock zurückkehren die bergarbeiter können sich um alles andere kümmern ihr habt gehört ihr faul ihr faules gesindel raus mit den spitzhacken und dran an die silberader hat keine brüste ist also langweilig ich muss auch mal was mit muskeln holen kann nicht alles nur brüste hier zu stehen haben davon habe ich schon genug wirklich diese strähne da setze ich auch sehr oft ein käppi auf damit es mich nicht nervt nur wieder da und höre brüste es ging um anime figuren beim nächsten abend wo ist diese wo ist diese strähne wo ist wo ist die die ist hier irgendwo die geht mir so richtig auf den sack die ganze zeit kittet die an meiner nase muskel beim nächsten abend bericht fügen wir den erträgen silber hinzu jetzt können wir goldbröckchen zu einem silbergole machen aber 3000 klumpen wenn wir so viel in absehbarer zeit zusammenkriegen sollten müssen wir die jungs ansparen bis ihnen die motivation aus den ohren rauskommt und deshalb müssen wir die silber bar bauen und das ist noch lange nicht der einzige vorteil die neue bar die die neue bar bietet wenn die erstmal steht können wir uns auf eine echte glanznummer freuen den tanz von babs ich kann es echt kaum erwarten guck mal nero schau dir das an das ist doch eine kurskugel die hatten wir gerade schon war gott war margock wartet oben auf dich wieso gehst du nicht schon mal zur siedlung zurück und zeigt sie was wir gefunden haben ja können wir machen diese strähne ne ich krieg die nicht die ganze zeit die ganze zeit geht die mir auf den sack ja ja immer gib so geht es um bürste obis soll das ein bieber sein oder was ist das ja ist wirklich ein bieber lol ich hab den erkannt so wo ist jetzt der schmied hier wo wo ist er da ist er pennt gerade du hast sie gefunden oder nero du hast eine silberader gefunden so wie ich dich gebeten habe die bergarbeiter werden von jetzt an silber mitbringen aber falls du je etwas mehr brauchst kannst du jederzeit selbst welches abbauen nachdem was mir die jungs erzählt haben ist diese ader wohl der tiefste teil der mine die tonne sind schon seit ewigkeiten verlassen sie wurden ausgehoben bevor unsere väter auch nur ein funkeln in den augen unserer großväter waren niemand weiß noch was da unten ist gerüchten zufolge soll der groß tempel tief in dieser höhle in diesen höhlen liegen die legenden berichten von schrecklichen scheusalen grotesken gebäuden und scheffel weise schätzen jetzt da wir silber in den tunnel gefunden haben klingen all diese geschichten über gold und schätze nicht so weit hergeholt und selbst wo du wo du wo du etwas silber hast solltest du selbst ein paar großartige schätze herstellen können ja klingt doch schon mal gut so ich muss mal kurz auf den pot und muss ein paar sachen einsammeln lecker lecker mit dir ich habe leuten ich habe leuten gehört dass ihr einen alten verlassenen teil der mine erreicht habt toll jetzt habe ich weggeklickt aber trotzdem wird sie so wie es jetzt läuft wird Manni kann schon wieder nicht lesen aber trotzdem wird so wie es jetzt läuft ewig dauern bis die jungs all das silber abgebaut haben das er braucht wir müssen sie dazu bringen sich anzustrengen und eins bringen sie garantiert auf Trab zu sehen wie die silberbargestalt annimmt divers wenn du für den anfang die bar baust du brauchst fünf verbundene tresen mit vier steinschämeln davor außerdem noch einen schüttelbecher und einen wasserkrug obendrauf meinst du du schaffst das ich habe seine ganze bar wieder aufgebaut und er fragt mich ob wir es nach hinten bekommen raus wir kommen zurück keks äh carina und ich planen einen urlaubstruck für nächstes jahr das ist doch schön gemeinsam in den urlaub das ist doch geil wohin soll es denn gehen du wirst natürlich nicht weit kommen solange der boden nicht fertig ist du solltest besser ein paar silberfarbene ziegelblöcke platzieren ich will nur einen cocktail tresen mit einem wasserkrug obendrauf wenn du nicht sicher bist wohin damit schau dir den bauplan an nach island island soll sehr schön sein ich dachte ich habe die strähne mann die strähne mann also Deswegen hatte ich ja schon. Jetzt will ich weiter nach oben. Ja, warum nicht? Sind auf jeden Fall schöne Gegenden. Also was ich von Bildern und so gesehen habe. Guck mal, wie die da einfach rangehen und essen. Was soll denn das? Das gehört mir, ihr Schweine. Guck mal, die fressen von meinem Buffet. Das ist meine Spannerecke. Die fressen mir alles weg hier. Am, am, am. So was fieses. Irgendwann finde ich mich in Alaska wieder und schürfe Gold. Viel Spaß. Meine Güte, diese scheiß Haare. Hallo, Mighty. Na? Also, ich kann jetzt hier die Glocken läuten. Mach ich das mal? Toll, ich seh nichts. Danke, Glocke. Nächstes Jahr bin ich wieder Schweiz. Uh, sehr schön. Das klingt auch toll. Ich war noch nirgendwo. Oh, da kommt noch mehr Häschen. Oh mein Gott. Da kommt noch mehr Häschen. Hm. Oh, jetzt kriege ich das mit den Dächern. Ach, das ist scheiße. Ein Hasenkostüm. Sag mir nicht, ich kann ein Hasenkostüm als Kerl anziehen. Oh, mein armer Charakter. Das Glockengebümmel hat noch mehr Bergarbeiter angelockt. Ich werde sie gleich zur Arbeit in den Schacht schicken. Hm. Hast du etwa gerade Tanzflächen und Hasenkostüme erfunden? Was soll das werden? Ich weiß es nicht. Momentchen mal, du willst doch nicht selber ein Show-Häschen werden, oder? Wieso darf ich da nicht mitmachen? Mischen, meine ich. Hm. Die Glocken hat auf jeden Fall Zauberkräfte. Ich hätte es ja nie für möglich gehalten, aber die Jungs und ich sind inzwischen richtig scharf drauf, selbst was zu erbauen. Dass tolle Neuigkeiten dank dir alle bessere Erbauer werden. Okay. Und meinst du nicht, dass du den neuen Mahalo sagen solltest? Okay. Das sind ganz schön viele. Wo soll ich die denn alle unterbringen? Wir haben eine Glocke läuten gehört. Und da sind wir aus Neugier hergekommen. Was ist denn hier los? Du bist ein Erbauer? Aber das ist verboten von den Kindern Hargons. Hey, ihr da. Wir können hier ein bisschen Hilfe brauchen, um wieder eine blühende Bergbaustadt entstehen zu lassen. Was meint ihr, Jungs? Ja oder nein? Das wird schon mehr nötig sein, als ein paar alberne Häschenohren, um... Oh, wer ist denn das Metall... Was, wer ist denn der Metall im Muskelprotz? Was, ihr Reden von mir? Was für ein Prachtkerl. Ich bin noch nicht bereit, meinen Glauben an die Kinder Hargons aufzugeben, aber der Glitzergolem hat mein Herz erobert. Wo der hingeht, da folge ich. Wow. Wie es aussieht, ist auch Butz dabei. Für den habe ich damals am Tresen gestanden. Als wir die Glocke läuten gehört haben, sind meine Kumpel und ich gleich hierher gerannt. Hingerannt. Auf dem Weg haben wir die hübschen Showhäschen hier getroffen. So ein Zufall, was? Also, habt ihr was für uns zu tun? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich überreden lasse, Maiti. So einfach geht das nicht. Klar können wir uns treffen, aber frag mich doch einfach... Wow, Keks. Oh, ich spüre die Funken bis hierher. Ach, schade. Ich dachte, ich bin gemein. Oh, oh. Dreiecksbeziehungskrise jetzt. Ich würde gerne nach England und Japan. England? Was mit England wusste ich noch nicht. Ich dachte immer, du willst nur nach Japan. England, äh... Nicht schlecht. Aber du bist die Frau. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Nehmt euch ein Zimmer. Das geht nicht. Was? Wieso mein Zimmer? Nein, ist schon warm hier drin. Dachschräge und alles. Ich sterbe schon. Ich habe 32 Grad hier drin. Geht woanders hin. Das ist eine Begrüßung. Hallo, Kalibra. Na, alles schützt. I feel you. Ja. Ich will auch mitmachen. Oh Gott, jetzt... Was passiert jetzt hier? Was passiert hier? Wow. Jetzt musste ich an Shadow so ein Video denken. Rip die Kuh. Oh Gott, nein, nicht schon. Oh, jetzt... Ich habe das so schön verdrängt. Mann, oh. Oh, jetzt habe ich hier noch mehr Schauhäschen. Oh, okay, okay. Was hält hier noch? Ja, ich habe hier noch mehr Schauhäschen. Ja, viel kann ich noch nicht herstellen. Wieso kann ich so deine Emotes nutzen? Hast du bei der Twitch-TV? Weil ich habe da auch ein paar Emotes drin. Die kann jeder hier nutzen. Wie kann jeder nutzen? Ja, hast du? Ja, das erklärt es dann. Wie kann jeder von euch nutzen, der bei der Twitch-TV hat? Es geht. Ja. Bei mir, ja... Ich wünschte, es wäre ein bisschen kühler. Ich schütze mich hier gerade tot. Es geht auch ein bisschen auf meinen Höhen. Es ist flüssig. Wenn ich es so mache, dann schwankt es hin und her. Ja, ich habe ein Flüssighirn gerade. Ach, ich brauche mehr Silber. Viel, viel mehr. Hm, so. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich versuche mal jetzt ein bisschen die neue Bar hier aufzubauen. Ja, so doch nicht. Okay, da kommt es nicht hin. Ich habe leider... Ich brauche ganz viel Silber. So ein Mist. Ah ja, ich verstehe schon, was das hier wird. Das sieht echt cool aus. Das alles brauche ich hier. Achtung, meine Güte. Das ist schnell genau. The battle ist. Das Säge ich nicht. Ich habe eine Szene. Beżyיל. Vielen Dank.